International Business ist ein englischsprachiges und international ausgerichtetes BWL-Studium. Es werden alle relevanten Bereiche der Beliebswirtschaftslehre behandelt und darüber hinaus haben die Studenten trotz des generalistischen Aufbaus die Möglichkeit, sich auf bestimmte Bereiche wie zum Beispiel Human Resource Management, Consulting, Finance oder Marketing zu spezialisieren. Mit unseren vielfältigen Kontakten zur Wirtschaft und über 100 Partneruniversitäten weltweit unterstützen wir unsere Studenten bei der Jobsuche und der Vermittlung ihrer Auslandssemester. Unser Ziel ist es, Studierenden auf dem globalen Arbeitsmarkt vorzubereiten und ihren Jobeinstieg zu erleichtern. Neben dem fundierten Management-Fachwissen legen wir großen Wert auf Praxis im Studium. So haben wir nicht nur Praktikum, sondern auch Fallstudien, Wirtschaftssimulationen und Kooperationen mit Unternehmen ins Curriculum integriert. Dank des umfangreichen Wirtschaftswissens, was mir im Studium an der CWS vermittelt wird, bin ich bei meiner späteren Berufswahl sehr flexibel. Dadurch habe ich die Möglichkeit, mich in allen Bereichen der BWL zu bewegen. Da meine Kommilitonen aus den verschiedensten Ländern der Welt kommen, ist Englisch nicht nur Vorlesung, sondern auch Campus-Sprache. Dadurch habe ich nicht nur sehr schnell ein internationales Netzwerk aufgebaut, sondern auch meine Englischkenntnisse gefestigt. Das Auslandssemester an der Baylor University in Texas war ein absolutes Highlight meines Studiums. Ich hatte dort die Möglichkeit, die Kurse frei nach meinen persönlichen Interessen zu wählen und dadurch hat mein allgemeiner Wirtschaftsstudiengang zusätzlich einen Fokus bekommen. An meinem Studium gefällt mir vor allem, dass es komplett in englischer Sprache ist. In international agierenden Firmen ist die Unternehmenssprache auch meist Englisch. Da ist es natürlich ein besonderer Vorteil, wenn man in der Lage ist, Präsentationen oder Meetings souverän in englischer Sprache zu halten. Wir bei der Deutschen Telekom sind stets auf der Suche nach engagierten Absolventen, die neben einer fundierten wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung auch über relevante Praxiserfahrung verfügen. Erfahrung der Fremdsprachenkenntnisse sowie ausgeprägte soziale Fähigkeiten runden das Profil eines idealen Bewerbers ab. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Absolventen der Column Business School genau diese Kompetenzen vorweisen können.